. Guten Morgen. Morgen. Offensichtlich ist meine Keycard gesperrt. Schauen Sie mal bitte. Ja, klar doch. Ja, also die ist wirklich gesperrt, Frau Kehra. Wo im Haus arbeiten Sie denn? Wirtschaft und Politik. Kannst du mal gucken bitte? Kehra. Tut mir leid. Laut System haben Sie keinen Zugang. Was? Das kann nicht sein. Hören Sie, mein Büro ist im ersten Stock. Da steht mein Name an der Tür. Rufen Sie doch eben an, meine Durchfall ist 6684. Okay, Moment bitte. Also, da geht niemand dran. Doris ist wahrscheinlich gerade nicht im Raum. Kommen Sie doch bitte eben mit. Überzeugen Sie es selbst. Also, eigentlich machen wir das nicht. Aber wir geben Ihnen jemanden voller Sicherheit mit. Danke. Morgen. Guten Morgen. Heute so besonders freundlich? Na ja, das ist die neue Leiterin von Politik und Wirtschaft. Heute so nämlich. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Vielen Dank.